Liebe Chorsänger, heute ein Lied aus unserem Gemeindebiederbuch, das ist die Nummer 283. Ich werde beide Strophen spielen, wie die Vor- und Nachspielen. Somit kann dieses Lied auch für den ITT-Kaufmann des Teams verwendet werden. Das Lied heißt Gott ist dein Gott. 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 Liebe Grüße aus Salzburg und eine schöne Woche. Sehr gut.